Der Begriff Verbindungsbahn wird in Wien für zwei Bahnstrecken verwendet, die Verbindung zwischen West- und Südbahn und die Verbindung zwischen Süd- und Nordbahn, heute Teil der S-Bahn-Stammstrecke. Mittwoch, 1. Juni 1899 wurde der Betrieb auf der Wiener Verbindungsbahn von den K. Die Strecken waren und sind erforderlich, weil Wien bis 2012 keinen Haupt- oder Zentralbahnhof hatte, sondern die von Wien ausgehenden Bahnlinien. Von unterschiedlichen Betriebsgesellschaften erbaut, in Kopfbahnhöfen endeten. Erst seit 9. Dezember 2012 wurde der neue Hauptbahnhof sukzessive in Teilbetrieb genommen. Seit 13. Dezember 2015 an wird der gesamte ÖBB-Fernverkehr Wiens zum bzw. vom Hauptbahnhof geführt. Abgesehen von der ständigen Nutzung durch Fernzüge bestand auf beiden Verbindungsbahnstrecken schon im 19. Jahrhundert lokaler. Teilweise über beide Strecken durchgehender Personenverkehr. Der im 20. Jahrhundert bis zur Aufnahme des S-Bahn-Betriebes jahrzehntelang eingestellt war, Verbindungsbahn von West- zu Südbahn. Von der Westbahn in Fahrtrichtung Wien-Westbahnhof zweigt sie nach dem Bahnhof Wien-Hütteldorf bzw. nach der 1950 aufgelassenen Haltestelle Baumgarten im Bogen nach Süden ab. In Fahrtrichtung Linz im Bahnhof Wien-Penzing ebenfalls im Bogen nach Süden, beide im 14. Wiener Gemeindebezirk Penzing. Jede der beiden eingleisigen Abzweigungen überquert auf separater Brücke den Wien-Fluss in den 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing. Beim ehemaligen Bahnhof Sankt Veit an der Wien bei der Hietzinger Hauptstraße in unter Sankt Veit vereinigen sich die beiden Gleise zu einer von hier an zweigleisigen Strecke in Richtung Süden. Der Bahnhof wurde am 22. Jänner 1960 zu einer Abzweigung abgewertet und das Stellwerk 2 aufgelassen, das dritte Bahnhofsgleis wurde ebenfalls entfernt. Hier soll nach aktuellen Planungen, die 2015 bekräftigt wurden, bei der Kreuzung der Verbindungsbahn mit der Hietzinger Hauptstraße bald eine neue S-Bahn-Haltestelle errichtet werden. Einige hundert Meter südlich davon bestand einst die Haltestelle Linz. Durch die Fertigstellung des Spurplanstellwerkes im Bahnhof Mexing war es möglich, die bisher handbedienten Schrankenanlagen Auhofstraße, Hietzinger Hauptstraße, Veitinger Gasse, Jagdschlossgasse, Versorgungsheimstraße und Speisinger Straße auf Automatikbetrieb umzustellen. Der Schließvorgang erfolgt bei den ersten drei Eisenbahnkreuzungen Fahrt bewirkt durch Einschaltstellen. Die anderen werden Fahrstraßen gesteuert eingeschaltet. Alle Schrankenanlagen bis auf jene in Veitinger Gasse und Speisinger Straße schließen versetzt, das heißt, dass sich von den beiden für den Straßenverkehr hintereinanderliegenden Schrankenbäumen zuerst der vordere und erst danach der hintere senkt, wodurch ein Einsperren von Fahrzeugen schwerer möglich ist. Es folgen ein Bogen nach Osten und die im Personenverkehr benützte Haltestelle Speising bei der Speisinger Straße bzw. Leinsaer Straße. Dort befand sich 2006 bis 2011 ein Ladegleis für Aushubmaterial des Leinsaer Tunnels. Der mit Fahrplanwechsel vom 9. Dezember 2012 eröffnet wurde und den beträchtlichen Güterverkehr der Strecke ab Dezember 2015 auch den kompletten Fernverkehr zum Hauptbahnhof aufnimmt. Es folgt für Güterzüge der Bahnhof Mexing. Das Mittelstellwerk wurde am 14. Dezember 1978 in Betrieb genommen und ersetzte auch das mechanische Stellwerk Sankt Veit an der Wien und den Blockposten Sankt Veit 1. Die Gesamtkosten der Errichtung beliefen sich auf 48 Millionen Schilling. In Mexing soll nach aktuellen Planungen bei der Stranzenbergbrücke ebenfalls eine neue S-Bahn-Haltestelle entstehen. Die Strecke wechselt nun bei der Kernstraße ostwärts in den 12. Wiener Gemeindebezirk Meitling und verläuft dort teilweise im Tunnel. Die frühe oberirdische Führung der Strecke mit zwei Eisenbahnkreuzungen über die Schönbrunner Allee wurde in der ersten Hälfte der 1970er Jahre aufgegeben. Kurz bevor der Bahnhof Wien-Meitling an der Südbahnfahrt Richtung Nordosten erreicht wird, zweigt südöstlich beim Hetzendorfer Friedhof eine die Südbahn und die Breitenfurter Straße über Querende Direktverbindung zur Donauländebahn ab, die unter anderem zur Ostbahnstadt auswärts führt. Auf die andere Verbindungsbahn durchgehende Züge benutzen von Meitling zum Hauptbahnhof die Südbahnstrecke. Sie tauchten von dieser früher vor dem 2010 abgerissenen Südbahnhof in den nicht mehr bestehenden Steudeltunnel ein. Unterfuhren die Südbahn und bedienten die in der Diagonale zwischen Süd- und Ostbahnhof im Einschnitt gelegene Haltestelle Favoriten. Bevor sie Richtung Hauptzollamt weiterfuhren, in dieser Diagonale befindet sich seit 2012 der neue Hauptbahnhof. Zur Betriebsaufnahme der Wiener Schnellbahn 1962 wurde ein neuer S-Bahn-Tunnel gebaut, der die neu gebauten Haltestellen Südtiroler Platz. Seit 9. Dezember 2012 Wien Hauptbahnhof genannt und Südbahnhof seit 9. Dezember 2012 Wien Quartier Belvedere. Im Tiefgeschoss erreicht und von dort Richtung Wien-Mitte weiterführt, Verbindungsbahn von Süd- zu Nordbahn. Wiener Verbindungsbahn ist auch der historische Name der Strecke zwischen dem 2010 abgetragenen Südbahnhof, dessen S-Bahn-Haltestelle im Tunnel weiterhin in Betrieb ist und dem Nordbahnhof. Die Strecke ist heute Teil der S-Bahn-Stammstrecke und wird allgemein auch als solche bezeichnet. Die Strecke verlief von der ehemaligen Haltestelle Favoriten zwischen Süd- und Ostbahnhof, die sich unter dem heutigen Hauptbahnhof befand. Teils unterirdisch, teils im Einschnitt in einem nach Nordosten zielenden Bogen, in dem sich einst die Haltestelle Arsenal befand. Zur Station Rennwege von dieser im Einschnitt ansteigend zur in Hochlage errichteten Station Hauptzollamt. Dies ist der ältere Teil dieser Strecke, da bereits nach 1849 auf dieser Trasse eine Güterzugsverbindung von der Südbahn zum Hauptzollamt errichtet wurde, um die Verzollung von Importen zu vereinfachen. Die Station Hauptzollamt wurde, um die Verbindung mit der Neuen Wiener Stadtbahn zu ermöglichen, 1899 durch eine Station in Tieflage ersetzt. So dann führt die Strecke Richtung Nordosten bzw. Norden über Straßenniveau zu 1899 1.900. Erbauten. Nicht mehr bestehenden Haltestelle Radetzki-Platz und zur Verbindungsbahnbrücke über den Donaukanal und weiter in Hochlage zur 1883 projektierten, ebenfalls 1899 1.900. errichteten einstigen Haltestelle Praterstern, deren Mittelbahnsteig sich zwischen Ausstellungsstraße und Hedwiggasse befand. Und zum Nordbahnhof Die Strecke ist seit 1962 Teil der damals eröffneten S-Bahn-Stammstrecke und heute die meistbefahrene Bahnstrecke in Wien. Neben S-Bahn-Zügen wird sie auch von Regionalzügen aus dem südlichen ins nördliche Niederösterreich benutzt. Fernzüge verkehren hier derzeit nur in Ausnahmefällen. Der Bahnhof Wien-Praterstern wurde von 2004 an komplett umgebaut. Die Haltestelle Wien-Südbahnhof wurde am 9. Dezember 2012 in Wien-Quartier Belvedere umbenannt. Die Haltestelle Wien-Süd-Tiroler Platz in Wien-Hauptbahnhof Bildergalerie.